Ach so. Die Tiere sind meine Freunde. Das ist, ja, unsere, deine auch, ne? Du bist ja noch mehr als vegetarisch, du bist ja vegan tatsächlich. Aber es sind ja wirklich viele inzwischen. Ja, aber nicht so viele. Ich glaube wirklich mehr als 8 Prozent auf keinen Fall. Okay. Also es kommt, glaube ich, uns nur so vor, weil wir ganz viele hier sitzen haben in der Runde immer. Aber ich glaube, so viele sind es dann auf Deutschland gerechnet nicht. Aber gut, dann gehst du mit gutem Beispiel voran und isst was Schönes Vegetarisches an Weihnachten. Ja, ich, immer. Ja, ich, immer.